Deine Mutter ist wichtiger als deine Kinder und deine Frau. Wichtig. Deine Mutter und dein Vater sind genau das gleiche. Bruder, du findest einen Bruder mit Freunden draußen, der lacht und hat Spaß und 100%ig alles gut. Und wenn er mit seiner Frau und seinen Kindern lacht und küsset sie und so und sagt, ich hab dich lieb und dies und das. Kommt er nach Hause zu seinen Eltern, andere Gesicht. Er lacht nicht wie seine Eltern, er kümmert nicht um seine Eltern, er macht seine eigenen Eltern nicht zufrieden. Wer von uns geht denn nach Hause und küssst die Hand vom Vater und die Stirn vom Vater? Wer? Zu wenig. Bruder, weißt du was für ein Gefühl ist das? Weißt du was für ein Na'ma ist das? Weißt du was für ein Gefühl für einen Vater, der seinen eigenen Sohn in seiner gleicher Größe und dann küssst er seine Hand ist? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dieses Gefühl kennt nur ein Vater, wenn er selber das gleiche macht. Bei Ibn Allahi Ta'ala. Deswegen mein Bruder, deine Eltern sind alles für dich. Wenn du deine Familie, deine Mutter und Vater zufriedenstellst, ein Dua von deiner Mutter, Wallahi, ich spüre das in meinem Leben. Wallahi, mein lieber Bruder. Du hast Probleme, du hast Schwierigkeiten. Egal was du hast, wenn deine Mama macht Dua, Mitte der Nacht für dich, Der ganze Himmel öffnet sich für dich. Der ganze Himmel, Bruder. Und Vorsicht, mein lieber Bruder, wenn deine Mutter Dua gegen dich macht. Letztes Mal, ich gucke ein Video, Bruder. Eine Oma mit ihrem Mann. Beide über 80, Achim. Über 80. Auf einem Dach in der arabischen Welt. Auf einem Dach, Bruder, bei den Nachbarn, die schlafen auf einem Dach oben. Auf einem Dach, null Himmel oben. Auf einem Dach. Und die machen ein Video für den. Und sie machen Dua gegen ihren eigenen Sohn. Ja, Allah, vernichte ihn, wie er uns unsere Lieben schwer gemacht hat. Ja, Allah, vernichte sein Leben. Ja, Allah, knickte sein Leben. Ja, Allah, lasse seine Kinder alles mit ihm so machen, wie er mit uns gemacht hat. Wenn Mutter so Dua macht. Bruder, du kannst beten, wie du willst. Du kannst fasten, wie du willst. Und du kannst machen, was du willst. Alle geht nicht hoch, wenn deine Eltern zäunen sind über dich. Auf Allahes Weg natürlich. Auf Allahes Weg. Dann sagst du, Bruder, meine Eltern verstehen mich nicht. Meine Eltern sind schwer, sind hart. Ich frage dich nur eine Frage, Bruder und Schwester. Hast du deine eigene Eltern selber ausgesucht? Nein. Von wem ist deine eigene Eltern? Von Allah. Ist eine Prüfung von Allah. Und was ist Birr? Was ist Birr? Was musst du dir unter Birr rauchen? Was heißt Birr? Isalul Khair ilal Ghair. El Birr hua Isalul Khair ilal Ghair. Dass du die gut behandelst. Du musst die gut behandelst. Warum? Weil die sind deine Eltern. Warum? Weil du machst das für Allah. Subhanahu wa ta'ala. Und am Ende, deine Eltern, die wollen nulles Gutes für dich. Aber die wissen gar nicht, wie ich das rüberbringe. Und das ist eine Prüfung für dich.